Oh. Können wir das mitnehmen noch? Hoffentlich. Ein Fahrradmotor auf jeden Fall. Jawohl. Noch ein bisschen von dem Zeug. Salz oder so. Ach, das hätte gefallen bestimmt. Jupp, Salz. Hier nochmal. Na, ich will doch Zuckerrohr, Mann. Voll gemein, wieso lädt ich das hier nicht? Ach, das ist nur so. Okay. Ich dachte, der lädt den Chunk nicht. So. Hier haben wir Wüste. Jetzt sehen wir jetzt irgendwo Wasser. Wer Kapitän haben wir? Da haben wir noch ein bisschen Ember. Noch mehr Salz anscheinend. Ach, ist nicht zu weit hinten drin. Dämmlicher Scheiß. Kommt aber auch nicht ran. Jetzt. Oh, da ist ziemlich dunkel unten. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Das würde ich mir auch gerne holen. Das würde ich mir auch gerne holen. Das ist schön. So. Ich werde trotzdem noch Zuckerrohr, Mann. Ich will aber. So können wir uns auch ein bisschen Zeug besorgen. Wir fliegen einfach unter die Inseln runter und dann. Gucken wir, was da so über uns hängt. Ah, jetzt wird es schon wieder dunkel, ne? Toll. Alter. Das ist auch noch ein bisschen Zuckerrohr, Mann. Ich glaube, das kann man vergessen hier. Man findet hier echt nicht ein bisschen. Ich dachte, bei der Wüste wenigstens irgendein kleines Wasserloch. Und dann da zum Beispiel. Ach, da ist nix dran. Nichts. Also, ich gucke noch einmal und dann jetzt schiete ich uns einfach ein Stück. Und das, wenn das wachsen ist, geht doch nicht so. Und der Mist. Leuchtende Blümchen. Ah, okay. Ah, besser wieder nach Hause. Scheiß. Jetzt fliege ich aber nicht wieder hierher, sondern gucke mich woanders noch um. Ah. Ach, Kacke. Scheiß-Jungel-Insel. Warum ist die Musik eigentlich die ganze Zeit aus? Was ist das wieder? Ja. Ach, Mann. Nur wenn ein bisschen scheiß Zuckerrohr. Ich weiß nicht, das ist nicht. Nein. Nein. Toll. Jetzt ist schon etwas duster. Nein. Nichts. Nein. Und dann müssen wir schon mal was essen. Packen wir mal die Beute wieder weg, wie immer. Hm. Kapptienen haben wir ja schon. Kapptienen brauche ich auch richtig holen. Gucken wir uns noch mal um nach Zuckerrohr. Wenn wir diesmal mal da lang. Gucken wir uns mal die Inseln an, die hier so rumstehen. Wenn denn eine kommt, da. Hm, auch Eis. Aber wo ist sie? Da. Hm. Das ist wieder was, aber kein Zuckerrohr. Na, da ist jetzt noch fließendes Wasser mit einem Skorpion dran. Kürbels. Ein paar kleine Mini-Inseln. Da kommen wir wieder in die Wache und so. Da waren wir ja schon überall. Können wir mal hier gucken. Ich seh nix. Ah, da kommt was. Oh, ist hier irgendwas? Nein. Ach je, das ist echt nervig. Alles. Du bist da. Okay. Hier oben. Deswegen. Äh. Nein. Alle möglichen Bäume und Pflanzen und keine Ahnung was. Da hab ich mal so ein Wasser-Ding mit ein bisschen... Zuckerrohr. Das ist doch echt scheiße. Das scheint sie echt nicht zu geben bei diesen... Luftinseln. Die Pferde. Alle möglichen und möglichen Dinge aber... ...nicht ein bisschen... Zuckerrohr. Hallo Pferdchen. Hm. So eine ganz schön große Insel, ne? Mann, Mann, Mann. Wie geht's noch weiter? Zuckerrohr Das gibt's natürlich, dass man echt ewig eine Zuckerrohr suchen muss Nichts da ist Das zeigt so eine Wasserfläche an Das ist nur rausfließendes Wasser Na, guck mal, ein Tiger Mit einem kleinen Tigerlein Oh, wie süß Dann die Vögel Das ist doch echt Mist Und auf den Elefanten durch die Gegend Auch schön Oh Mann Nix, nix, nix Und der Kühe Noch eine Katze Was ist das eigentlich? Ah, Redstone Das hier Ähm Cinnabar Okay Sagt mir noch nix Aber wäre bestimmt für Soundcraftbau Ach ja Boah, ein Riesenbäume Die Insel ist aber echt schon ganz schön Riesig Ja, ich sehe nix Durch den Funksaurier Das ist schwer, dass wir nach unten gucken Ganz schön Da geht die Decke hier gar nichts an Zuckerrohr Das ist echt schade Da geht es ja nicht schnell genug nach Das ist glaube ich auch bald wieder Nacht Da ist die Sonne da oben Naja Boah, China Noch ein Inselchen Boah, aufpuppende Bäume natürlich Soll es auch anders sein Da haben wir Melonen Die soll ich auch nicht mitnehmen Ups Bist du Panter oder Ja, schon ein Panter oder sowas zu sein Mit dem Geräusch zugeteil Da wird wieder Skorpi Skorpius Okay, ne Wir sind jetzt Drei Tage lang hier rumgeflogen Ohne irgendwas zu machen Ich glaube das reicht Ich werde jetzt eine Zuckerrohrstange machen Und dann Daraus den Rest züchten Aber das bringt nichts Alter Bitte Bäume Bringt absolut nichts Hier rum zu fliegen und ewig zu suchen Kann ich höchstens offline machen Aber das käme auch dasselberes, wenn ich da eine Stange entschiede Und das wahrscheinlich gar nichts finden werde ich irgendwie Gibt's da nichts Ich denke, das liegt doch daran, dass es einfach zu wenig Teiche gibt und sowas Da kann das nicht spawnen Leuchtet das noch ein Lavasee? Na, wir haben ja einen Ah, sag mal Hoch War noch Regen Nein, kein Regen Es wird richtig dunkel Es wird richtig dunkel Ich hoffe es kommt keine Viecher